hallo ja guten tag 9.30 Uhr heute morgen hier am strand von san augustin heute ein bisschen windig ist das paradies von den sky surfer hier sie können sehen das ist fantastisch die geben es ist richtig spaß hier temperatur 27 grad windig aber warm ja so ein tag zum baden heute wasser immerhin noch 23 grad ja das ist einfach schön die neue bar hier auch in san augustin ich nehme an die machen heute ein bisschen eine kompetition hier ich weiß nicht wie man das sagt auf deutsch aber er hat dieses kaffee neue kaffeezeit paar monate mau mau sehr schön immer gut besetzt jeden tag eigentlich leute hier ich hatte einen anruf aber leider ist jetzt das hier richtig schön live zu sehen muss man schon machen können auch die frauen sind dabei natürlich immer ja das ist ja bestimmt ein wettbewerb weil die haben alle nummer ja und der peter ich denke der wird kommen morgen übermorgen ich weiß nicht genau ein freund aus melzas da möchte auch hier eigentlich schweihnachten verbringen das ist schon besser wie bei uns so ich wünsche alle eine schöne weihnachten und alles gute gesundheit vor allem und bis bald ciao ciao bis bald j